Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu meinem neuen Projekt. Tomb Raider, die Definitive Edition. Ich freue mich drauf, denn ich muss zugeben, ich hatte mit Tomb Raider mein ganzes Leben eigentlich nie wirklich was am Hut. Ich hatte damals ein Tomb Raider Spiel für den, nicht Super Nintendo, sondern Nintendo Color. Ich hatte irgendeinen Tomb Raider für Nintendo Color. Und das habe ich damals als kleines, kleines Kind gespielt. Also keine Ahnung wie alt ich da war, ich glaube bestimmt 5, 6, keine Ahnung. Und mit 5, 6, da versteht man Tomb Raider noch nicht so wirklich. Und gerade der Teil für den Game Boy Color, ich habe gehört, dass sehr viele Leute, die es damals gespielt haben, schon direkt am Anfang nicht weitergekommen sind, weil sie nicht wussten, was sie da machen mussten. Und ja, ich gehörte auch dazu. Dementsprechend habe ich auch danach nie wieder was mit Tomb Raider zu tun gehabt. Ich hatte weder die Tomb Raider Teile für Playstation 1, noch irgendwie später, noch sonst irgendwas. Erst vor 2 Jahren, 2, 3 Jahren, als Shadow of the Tomb Raider rausgekommen ist. Da gab es mal im Saturn so eine Aktion, so von wegen, bezahle 2 Spiele, bekommst aber 3. Und da war Shadow of the Tomb Raider mit bei. Und dann habe ich mir gedacht, hey, Shadow of the Tomb Raider hört sich auf jeden Fall am interessantesten, oder mit am interessantesten von allen Spielen an, die dabei angeboten wurden. Und dann habe ich mir halt Shadow of the Tomb Raider mitgenommen und habe das dann zu Hause gespielt. Und ich muss sagen, ich war begeistert von dem Spiel. Ich war wirklich, wirklich begeistert. Shadow of the Tomb Raider war ein absolut grandioses Spiel, meiner Meinung nach. Dementsprechend habe ich natürlich nicht lange gezögert und mir sowohl dann Rise of the Tomb Raider, als auch die Standard Tomb Raider Definitive Edition, ich glaube von 2016, nachzukaufen. Und habe auch beide gespielt und fand auch beide absolut toll. Und dementsprechend dachte ich mir, ja, ich habe mich ja nicht mal wirklich ausgesucht, Tomb Raider jetzt zu machen. Ihr wisst, ich lose meine Projekte aus, weil ich mehr als 500 bis 600 Spiele habe. Und am liebsten würde ich alle Spiele machen, ihr kennt mich. Dementsprechend habe ich ausgelost, ich habe so einen Lostopft, da habe ich alle meine Spiele auf Zettel geschrieben, auf die da reingeschmissen und habe ausgelost. Und es ist Tomb Raider rausgekommen. Und auch noch der Tomb Raider Teil. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich habe jetzt nicht Tomb Raider gezogen und gesagt, ja, dann fange ich mit dem ersten Teil an. Also Tomb Raider Definitive Edition. Also erster Teil in Anführungszeichen. Sondern ich habe tatsächlich diesen Teil gezogen. Und wie gesagt, ich freue mich drauf. Weil Tomb Raider ein absolut geiles Spiel ist. Und ich habe den Teil auch durchgespielt. Ich kann mich aber vielleicht auch nicht mehr an alles erinnern. Also das ist auch schon wieder ein bisschen was her. Dementsprechend würde ich sagen, wir gehen in ein neues Spiel. Let's go! 73% habe ich. Ah, das wollte ich noch erwähnen. Ich weiß noch nicht, was wir machen werden. Also ich würde ja schon gerne 100% machen. Aber Tomb Raider ist halt auf 100% wirklich langwierig. Und ich rede jetzt nicht nur von den Trophäen. Also es gibt auch Trophäen so von wegen Töte so und so viele Gegner. Oder Töte so und so viele Sachen. Oder sonstiges. Sondern ich rede wirklich rein vom Sammeln. Also Dokumente sammeln. Kleine historische Gegenstände sammeln. Die Gräber ausräumen. Also die Gräber habe ich schon Bock alle zu machen. Also da sehe ich uns definitiv. Aber wirklich alles zu sammeln und zu finden und zu suchen. Das ist tough. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob wir das alles machen werden. Aber das werden wir dann sehen. Ich starte neu. Let's go. Wir spielen auf normal. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt. Was wir tun ist besonders. Nicht was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. In unseren dunkelsten Stunden. Hilfe! Wenn das Leben an uns vorüber zieht, finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Das uns weitermachen lässt. Da müssen wir verbatemen. Da müssen Sie sich verraten. Abineu. Das ist ein bisschen. Da müssen Sie sich verraten. Es hat sich verraten. Verraten Sie sich am Schnellen. Es hat sich verwartet. Was haben wir schon wieder krank? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Square Enix Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und damit sind wir im Game! Wie, meiner Meinung, also meines Glaubens nach, in allen Tomb Raider-Teilen spielen wir die liebe Lara Croft Und ich finde es schön, wie ihre Haare, obwohl sie kopfüber ist, sitzen wie eine Eins Das finde ich super, ich wünsche, das wäre bei mir auch so Oh shit Das muss jetzt weh tun Ich probier's Na, noch ein Stück Jawohl Nein, wir brennen noch nicht Jetzt brennen wir Oh ho 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 Wo muss das Spiel denn so starten? Ich finde es schön, dass mein Controller verdammt viele Geräusche macht. Ich weiß nicht, ob ihr die hört, weil mein Controller schon ein bisschen armgeguckt ist. Das ist das Knacken der Knochen über meinen Controller. Ich weiß es nicht, ich will es doch gar nicht wissen, Lara. By the way, Entschuldigung, dass ich gerade kurz... Ich wollte eigentlich gucken, ob man Untertitel oder so einstellen kann. Der Controller macht so viele Geräusche! Eine Anzeigenoption. Ach doch, der Untertitel. Die mache ich nämlich mal besser an, weil es kann sein, dass ich nicht alles verstehe, weil das Spiel ein bisschen leiser bei mir ist. Es kann aber auch sein, dass ihr vielleicht nicht alles versteht. Dementsprechend... Oh. Eine Fackel. Eine Fackel nehme ich mit, Lara. Das war laut. Na ja, laut ist es jetzt nicht geworden, Lara, aber ist gut. Oh, da wird meine Fackel ausgehen. Oh nein, er muss mich gehört haben. Oh, verdammt. So, mit L1 hat man quasi so einen Blick, wo man dann auch Sachen erkennt, wie Dokumente und sowas. Ich habe ja ein bisschen... Kann ich meine Fackel werfen? Ah, nein. Okay, okay. I see. Oh. Ich wollte nichts kaputt machen. Das wird laut. Oh, Gott. Oh, Gott, nein, 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 hau bloß ab. Hau bloß ab. Ja, ja, das sagen sie alle. Schnauzen da hinten. Okay, Lara, wir machen das. Wir machen das. Alles klar. Finden sie einen Weg hinaus. Ich erinnere mich auf jeden Fall an das Rätsel. Ich weiß noch nicht, wie es ging. Ähm, ja. Okay. Ich muss gerade mal noch ein bisschen reinfinden hier. Wieso sagt man es jetzt im Endeffekt gar nicht? Ähm, ich muss auf jeden Fall... Ich weiß hundertprozentig, hundertprozentig, dass ich Sachen hier reinfliegen muss. Vielleicht, indem ich da ran springe. Und jetzt kann ich die da runterschubsen, dann gehen die auch nicht mit diesem Wasserfall. Und dementsprechend gibt's gleich kabumm! Ich muss sofort hier raus. Ja, ich bin dabei. Bin nicht ganz bei dir, Lara. Wir machen das. Nur Ruhe bewahren. Nur Ruhe bewahren. Okay. 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 Krieg ich wohl nicht. Alles klar. Okay. Oh Gott. Okay. Lauf weiter. Lauf weiter. Oh Gott. Ich muss es nicht... Hilfe! Hilfe! Och nicht du schon wieder! Das tut mir so leid, das war zu spüren. Ich wusste nicht, welche Taste da aufklinken wird, sonst konnte ich nicht reagieren. Oh, bitte dieselbe Taste. Okay, jetzt bin ich mir aber eigentlich hundertprozentig sicher, dass ich die Taste rechtzeitig gedrückt habe. Aber ist egal. Ist egal, wir machen das. Ja, lass los. So. Ja. Okay. Okay. Oh, nein, le va, le va, le va. Oh. Okay. Oh. Okay. Oh. 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 Toll und weiter. Wir sind auch halbtot, aber alles gut. Gehen wir da hin. Ich will gar keine Sprachbefehle machen. Okay, ganz langsam. Bin ich schon mehr nach links, liebe Lara? Oh Gott. Na rechts, na rechts, na rechts, na rechts. Nicht so sehr nach links. Es tut mir leid, aber ich benutze das L1 immer sehr, sehr gerne. Aber ich glaube auch, wenn hier eigentlich noch nichts kommen wird. Wenn da so eine weiße Subschuhe runterhängt, dann heißt das, dass wir da dran klettern können. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wie oft wir fast gestorben sind. Kurz im Ansprung. Sam's Tasche. Sam. Sam. Wir müssen hier gewesen sein. Sam? Rob? Hört mich irgendjemand? Ich muss sie finden. Alles klar. Wir haben ein Funkgerät. Ich finde es auch schön, wie das ganze Blut, womit wir bedeckt waren, weg ist. Der Regen hat gute Arbeit geleistet. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Oh, einen Moment. Mein Fuß ist eingeschlafen. Oh, Entschuldigung. Da hängt irgendwas. Sieht verlassen aus. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft. Ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam? Danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme, Lara? Ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns. Mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Wendler. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autorin Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung. Zwei Doktortitel, einen in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne, Dr. Whitman. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel, ich folge dir überall hin. Aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm bespüren. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesen Dreiecken lag? Sieh nur. Das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn es nass ist, kann ich drauf segeln. Ach, Sie wollen da tatsächlich... Genug. Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rum zu jammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Alles gut, Lara. Ich muss etwas zu essen finden. Das werden wir. Ich fand gerade, dass die Untertitel in dieser Cutscene gerade ein bisschen gestört haben, weil die gefühlt in der Hälfte des Bildes waren. Also, ich werde mal gucken, ob ich die Untertitel vielleicht doch ausschalte, weil ich meine, wenn ich mit Lara so rumspringe und was auch immer und sie dann irgendwas von sich gibt und dann steht unten halt die Untertitel, dann passt das. Aber wenn dann wirklich so eine Cutscene ist, wo man sich eher auf die Cutscene konzentrieren will, dann stören die Untertitel schon ziemlich hart. Ich werde mal schauen, wie wir das regeln. Ich lasse die jetzt für den ersten Part mal an. Dementsprechend. Und kann ich diese scheiß Sprachbefehle ausmachen? Ich spiele keine Sprachbefehle. Ach, so. Den Bogen kann ich in der Tat gebrauchen. Hier haben wir schon mal Pfeile. Okay, ich muss warten, bis deine Armee dran ist. Jetzt! Jetzt! Ich weiß nicht, ob das Ding noch funktioniert. Der gute Langbogen. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben, aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Ich muss etwas zu essen. Ja, Lara. Wir bringen dir was richtig Geiles auf den Tisch. Hast mein Wort. Das ist nur mit dem Vogel hier. Hm, yummy, yummy Vogel. Aber ich glaube, Lara will was besseres als einfach nur ein Vogel. Oh, guck mal. Ins Herz. Jawoll. Jawoll. Der Bogenmeister ist wieder am Start. Entschuldigung. Entschuldigung. Ay. Entschuldigung. Okay, zurück zum Lager. Alles klar. Wenigstens ist Lara trotz allem immer respektvoll zu den Tieren. Du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaften und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Alles klar. Jetzt gibt es erstmal einen richtig geilen Hirschbraden. Ja, ich weiß, dass das meine Überlebensinstinkte sind. So. Oh, Fähigkeiten. Verwenden Sie Fähigkeitspunkte, um Fähigkeiten mit dem Menü freizuschalten. Blablabla, das kennen wir alles. Wir haben einmal Überleben. Tierische Instinkte, halten Sie die Augen offen und schwer zu findende Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Äh, Jäger. Sicherer Schuss. Sind Sie konzentriert, haben Sie mehr Zeit, um mit Ihren Bogen zu zielen. Setzen Sie Beutel und Taschen effektiv ein, können Sie mehr Munition transportieren. Oder, sammeln Sie zusätzliche Belohnungen beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteltruhen. Durchsuchen Sie Kisten und Truhen sorgfältig, um zusätzliches Bergungsgut zu erhalten. Plündern Sie Tierkadaver sorgfältig, erhalten Sie zusätzliches Bergungsgut. Finden Bogenschützen, ziehen Ihre Pfeile aus neutralisierten Feinden. Ach, findige Bogen. Ah, okay. Ich würde aber ganz gerne eher mehr in den Kampf gehen. Das heißt, der sichere Schuss ist mir eigentlich ganz lieb. Halten Sie aufgelagene Bogenschütze doppelt so lang. Ist klar. Finde ich gut. So. Mehr kann ich nicht machen. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth, du lebst. Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Hülle aufgewacht. Da war ein irrer Mann Roth und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat es jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Finden Sie einen Weg aus dem Wald? Oh, oh, oh. Huch. Da bin ich aus Versehen ins Feuer gedrehten. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Musik. Was ist mit Musik? Warum ist da jetzt die Tür offen? Hallo? Ist jemand hier? Ich weiß nicht, ob mir das so sehr gefällt. Vielleicht der hier an. Verdammt. Verdammt. Alles klar. Jetzt gibt es eh keinen Weg mehr zurück. Schön. Okay. Was sind das für Zeichen? Tod und Verderben wahrscheinlich. Nichts Gutes, Lara. Oh Gott. Das ist verrückt. Okay. Hier gibt es wenigstens ein paar Sachen. Diese traditionelle Nomad stellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämon-Star. Alles klar, Lara. Alles klar, Lara. Vielen Dank, dass du mir das erklärst. Ich hoffe, das habt ihr jetzt auch gehört, weil das kam aus meinem Controller. Das war natürlich jetzt nicht geplant. Im Inneren befinden sich Spuren von weißer Farbe. Wer immer die Maske benutzte, war von adeliger Abstammung. Alles klar, Lara. Vielen Dank. Also, die Maske sieht von innen gruseliger aus als von außen. Sind wir mal ganz ehrlich? Alles klar. Alles noch unentdeckt. Und so weiter. Alles klar. Okay. Ähm. Ich mach das mal aus, nur um zu gucken, ob die Lara das dann über Fernseher sagt. Weil das wäre mir eigentlich viel lieber, weil dann würdet ihr das auf jeden Fall definitiv hören, weil... Ähm, wie komm ich denn jetzt mal ins Menü? Scheiße. Also, nicht das Menü. Das mein ich nicht. Okay, ich weiß es nicht. Wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. Geh was mit da rein. Ach, dafür brauch ich ja erst meinen... Ich brauche was zum Aufstellen. Ja. Oh nein. Ah, da ist es ja. Die Stemm-Axt. Ist doch schmackhaft... Schmackhaftes Fleisch, Läber hier. Alles klar. Okay. Ja. Ich würde gerne mal ein Artefakt finden, um zu gucken, ob Lara das dann über Fernseher sagt. Sie sind unterwegs. Lara, da bist du ja. Sam. Gott sei Dank. Überraschung. Schon okay. Er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Selma hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Na ja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war, Königin Himiko, sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steige ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie riebten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt die Sonne, gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten. Von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist das hier geworden? Ach man, Leber, was machst du denn immer? Oh nein, oh nein, da bin ich gar nicht scharf drauf. Oh nein, da bin ich gar nicht scharf drauf. Oh nein, da bin ich gar nicht scharf drauf. Alles klar. Mann, ich mag doch eigentlich Wölfe. Alles gut, mein kleiner Vogel. Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch. Sie war bei dir. Sie war hier. Mit diesem Mann, Matthias. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, warte, was ist mit Roth? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Roth. Der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich geh mit dir. Nein, nein, ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder ein. Allt um zu Roth. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Du bist okay? Ja, ich... ...muss mich nochmal kurz ausruhen. Ja. Ja, am besten... ...bleibst du hier. Ich seh mich mal um. Okay. Nicht so schlimm. Irgendwie trau ich dem Typen nicht. Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Meine Großmutter erzählte mir die Geschichte, als wäre sie eine Erinnerung. Vor vielen Jahrtausenden herrschte die Sonnenkönigin Himiko über das Land Yamatai. Die Sonne gehorchte Himiko und sie beherrschte alles, was deren Strahlen berührten. Von den Bergen bis zum Meer. Aber eines Tages verschwand Yamatai plötzlich spurlos und geriet in Vergessenheit. Gut, damit ist schon mal bestätigt, dass es vorgelesen wird über Fernseher. Und das finde ich definitiv besser für euch, weil dann hört ihr das auf jeden Fall. Und ich muss nicht meinen Controller irgendwie neben das Mikrofon halten. Dementsprechend finde ich es gut. Meine Frage. Ich habe keine Frage. Was liegt denn hier? Ah, Falle. Nehme ich mit, aber ich setze mich mal kurz hier ans Feuer. Fähigkeiten. Okay. Ich bin Lara Croft, eine Archäologin von der Endurance. Ihr strandet auf einer Insel im Drachendreieck östlich von Japan. Dieser Ort ist unglaublich. Ich habe hier Jahrhunderte alte Bratz gesehen. Wir waren nicht die Ersten. Und ich weiß, wir sind nicht allein. Irgendetwas stimmt hier nicht. Wenn ich nicht von hier wegkomme, findet das hier vielleicht irgendwann irgendwer. Okay, stimmt ja. Ich erinnere mich. Immer wenn man sich ans Lagerfeuer gesetzt hat, also an neue Lagerfeuer, hat Lara angefangen quasi Tagebuch zu führen. Ich würde eigentlich gern meinen Skin wechseln. Ich glaube, das war in dem Teil, oder? Konnte man das einen Skin wechseln? Normalerweise konnte man im Büro, äh, im Büro, sag ich schon. Hier in diesem, in diesem Lagermenü konnte man seinen Skin wechseln. Äh, nur damit ich euch die anderen Skins natürlich zeige. Wir werden natürlich als normale Lairbe auch umlaufen. Also, das steht natürlich fest. Aber ich würde sogar sagen, das soll's hier für diesen ersten Part mal gewesen sein, weil der erste Part ist ja erstmal ein bisschen zum Einstieg, ne, Leute? Im nächsten Part machen wir richtig Action. Nicht, dass der erste Part jetzt schon nicht genug Action für mich gewesen wäre, aber... Du wisst, was ich meine. Ich freue mich auf jeden Fall auf Lara Croft, äh, beziehungsweise auf Tomb Raider und natürlich auf Lara, weil Lara ist eine smarte Mind. Also, sind wir da mal ganz ehrlich, ne? Ähm, jetzt wo ich auch eben Laras Stimme zum ersten Mal gehört habe, war das nicht so, dass Lara in Shadow of the Tomb Raider zumindest, ich weiß nicht, wie es in Rise of the Tomb Raider war, ne andere Stimme hatte. Und ich weiß, das hat mich damals ein bisschen abgefuckt, weil ich hab ja erst Shadow of the Tomb Raider gespielt und danach die alten Teile. Direkt quasi im Anschluss. Und dann hatte sie plötzlich ne andere Stimme. Und ich war so an die Stimme von Shadow of the Tomb Raider gewöhnt. Und ich find die Stimme aus Shadow of the Tomb Raider auch definitiv besser für sie. Also, wenn das wirklich wahr ist, dass sie ne andere Synchronstimme da hatte. Aber in meinen Ohren klang es so. Ich hab aber, glaub ich, nie nachgeguckt. Also, falls ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne schreiben. Ich freu mich auf Tomb Raider, ich freu mich auf Lara Croft, ich freu mich auf alles. Und ich hoffe ihr auch. Denn wir werden einige Parts zusammen erleben. Wie gesagt, egal ob wir die 100% machen, also alles sammeln, alles finden. Weil alleine wenn ich schon höre, dass ihr uns schöne Geschichten erzählt, weil wir irgendwelche Artefakte oder so finden, dann bin ich ja fast schon gezwungen, alles zu suchen. Oder ob ihr das Spiel einfach nur durchspielen, egal was wir von beiden machen. Das Spiel hat seine Zeit, das Spiel wird ein paar Parts gehen. Ich schätze mal mit. Boah, sagen wir mal, ich mach ne Stunde pro Part. Boah, ich weiß es echt nicht. Vielleicht gucke ich gleich mal nach, wie viele Spielstunden ich auf meinem ersten Speicherstand habe. Und dann kann ich es euch im nächsten Part sagen. Aber ich schätze mal, ich hätte jetzt eigentlich erst so mit 30 bis 40 geschätzt. Aber ich weiß nicht, ob die Story wirklich so lang ist. Also, wenn ich jetzt 15 Minuten Parts machen würde, wie früher, oder 20 Minuten Parts, dann definitiv 30 bis 40. Aber wenn ich wirklich ne Stunde mache, könnten das vielleicht noch weniger sein. Aber ich kann auch komplett falsch liegen. Ich werde einfach mal gucken und euch dann im nächsten Part Bescheid sagen, wie viele Spielstunden ich auf meinem ersten Stand hatte, wenn ich das nachgucken kann. Dann würde ich sagen, wenn ihr euch auf dieses Projekt genauso sehr freut wie ich, dann schaltet auch im nächsten Part wieder ein bei Part Nummer 2. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich sage bis dahin, Tschüss! Tschüss!